Hey! Wow! Oha! Ist das geil! Da vorne ist ein Stadttor. Gehen wir durch zum Trailer? Schau da, ein Dudelsackspieler! Ist das ein Bogenschütze? Was macht der Schmidt da? Hey, das ist aber cool, wie sie angezogen sind. Es sieht hier aus wie im Mittelalter. Was ist das hier? Erlebte Geschichte zum Anfassen in Hamburg an der Donau. Und? Wir gehen zurück ins Mittelalter und dort lernen wir diese Zeit mit all unseren Sinnen kennen. Ist das hier immer so? Nein, immer in der letzten Schulwoche für die 5. und 6. Schulstufe. Meld dich mit deiner Klasse an. Alle Infos findest du unter www.arbeitsgruppe-schlossberg.at